So und willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahme Train Fever. Diesmal bin ich wieder in einer kleineren Aufnahmesession, wie in der letzten Folge gesagt. Und wir bauen diesmal das Städtchen Gescheh ans Netz richtig mit an. Das heißt, wir wollen hier raus und nochmal weiter anbauen. Dafür muss ich dann einmal hier anhalten und die Häuser hier wegreißen. Weil die stehen in mir im Wege. Und jetzt dürfen sie dann gerne auch wieder weiterbauen. Aber für das erste reicht das ja. Können wir hier eigentlich noch aufs Hauptnetz runter? Ich will erstmal hier unten was ausprobieren kurz. Da wir ja diese Linie da nicht mehr haben. Klar, wir haben die ja noch. Scheiße. Was wird hier da noch? Das war wieder hirnrissig. Hier steht ein Signal. Ich halte das nochmal kurz an und weiß das denn jemals bis zum Blick. All das können wir nicht gebrauchen. Das auch nicht. Das auch nicht. Das auch nicht. Wir müssen hier unten einmal durch. Kollision. Das sollte noch normal sein. Machen wir mal mit 55 einfach mal den Weg hier lang. Gehen dann hier raus. Steigung zu groß. Wie willst du mich? So und jetzt kannst du mich nochmal. Steigung zu groß. Wo ist denn da die Steigung zu groß? Dann machen wir mal den Teil so. Da oben oder Anschluss, ne? Steigung zu groß. Okay, dann machen wir das noch einfacher. Dann machen wir das so. Ich habe doch da eine Schiene gesehen. Nein, anscheinend doch nicht. Nein, nicht bauen. Steigung zu groß. Jetzt willst du mir hier aber wirklich. Höhenlinien. Hier ist ein kleines bisschen was drin. Wo war jetzt hier was drin? Kollision. Ja, das ist dann wahrscheinlich das hier und das und das. Also das auch mal sorgfältig ab. Und dann wollen wir doch mal gucken, geht das? Ja. Und geil sogar eine Weiche in der Kurve. Und dann haben wir das nämlich. Und da wir auch gleich bleiben wollen. Kollision. Oh, kaum. Da muss ich dann etwas leichter für die Strecke am Kappen. So. Das ist jetzt weiter. Der ist gerade draufgefahren. Schade. Schade Schokolade. Sonst hätte ich gesagt, reißen wir das einfach mal gerade in der Zeit ab, wo der da weg ist. Aber das wird ja wohl nichts so schnell. Und dann sieht man ja auch, wie sich da so langsam der Knoten aufbaut. So, weg ist er. Weg. Und dann... Wollen wir aber nicht höher. Wir wollen runter. Reicht das? Ja. Ausgäuer. O-Gesha. Da oben. So. So. So, das Ganze funktioniert. Ja. wieso geht das denn jetzt das spiel ist doch mal wieder hammer komme ich hier oben auch irgendwo wieder raus ja hier ganz oben und dann geht die da auf so und da unten dran Kollision, ja, ich weiß Kollision bei der Terrain-Anweichung Willst du mich denn jetzt endgültig? Kollision So geht das auf jeden Fall Aber wieso macht das jetzt bei der Terrain-Anweichung Probleme? Okay Den verstehe ich nicht Wieso will der den oben rüber? Das muss man jetzt mal erklären Ja komm, also so spielen So Probleme Also läuft der den jetzt außenrum noch im Tunnel Raum Ich will dich hier nicht mehr tunnen Kannst du auch mal die Wiege machen So Hä? Wieso kann ich den Tunnel nicht klappen? So Hä? So geil, ich kann den Tunnel nicht kappen Ich kann den Tunnel nicht kappen Geil Das heißt, ich bin auch ewig an dieses Tunnelstück gebunden Welches eingleisig Neu Geil Geil Aber machen wir es gleich so Machen wir gleich Hier oben Findestens für schnellere Züge 120 So So Was kommt jetzt? Oh, neue Dampflock Neue Linie Wo müssen wir denn da starten? Da unten Ne Da haben wir sogar ein Depot Das ist ja schön Ähm Herzog von Geysha Sie fahren leider auf dem falschen Gleis Aber okay Können wir leider nichts dran ändern 800.000 Bitteschön Zeigen wir doch schon Dass wir Gewinn kriegen Dann wollen wir die hier verpflichten zu warten Und dann Nein, keine Signale Auch keine Schienen mehr Also wollen wir Zug Was kann die denn? 100 Im Gegensatz zu 40 690.000 Ich wollte doch aber noch die alte eigentlich Ach, shit Müssen wir dann wohl mal kaufen Je Wagen hat die jetzt 4 5 Ich hoffe, das reicht Ich fahre einfach nochmal einen sechsten Und dann zuweisen Linie 17 Ich habe Geysha So Wollen wir dir mal zugucken Wie du da fährst Oh, voll geil Was hast du jetzt? Ach Der wartet jetzt nicht ernsthaft, weil da einer reingefahren ist Doch Junge Lass da oben warten Wenn du willst Da kann ich dir echt gut zuschauen Aber hier oben kann ich dir gleich wieder zuschauen Wenn du rauskommst Dann habe ich dich So Straßenbahn Depot Straßenbahn Haltestelle Das Depot kommt schräg gegenüber Ey So Oder fast schräg gegenüber Wollen wir doch mal gucken, was das bringt Irgendwie nervt das gerade mit der Höhen-Skalierung Ja Hat bislang null, aber Einfach mal abwarten und Tee trinken Eieieiei Ist der Ort riesig Alter So Da noch da Was kommt jetzt? Bitte nicht noch eine Neulock Donnerbuchse Willst du mich jetzt hunzen? Scheiße Also wieder alles für umsonst gewesen Stopp Ich will dich einmal austauschen Welcher bist du denn? Linie 2 Wie alt sind die Züge eigentlich auf Linie 2? Was ist die denn eigentlich nur sichtbare? Nein, alle Linie 2 Ja Dann sage ich mal Kommen die alle mal Schönen die jetzt den Weg finden ins Depot Ach nee, da muss ich erst mal Oh nö Das sieht immer so ein Affenschwanz mit sich Wenn man die austauscht Loll Wollen wollen denn die Holzgüter Benutzt Produktion 25 Produktion 25 Fahnen die irgendwo Autos? Nein, das fahren die ersten Autos Aber die hauen doch irgendwo hin ab Wollen die denn? Wollen die denn? Zu kaufen Müssen wir erstmal so weiter So, müssen wir die ja 17 zu 14 45 zu 28 12 100 115 12 30 30 30 Wenn wir einen Wagen mehr dranhängen 2 28 Zahlen aber im Endeffekt weniger 3 Mal Wir nehmen dann einfach nur 2 Züge Zuweisen Linie 2 hat ja ein paar leute kommt er da raus da kommt der erste praktisch da kommt er wie ich mich immer freue wenn ich das sehe wenn er rauskommt und da finde ich ja bald auch austauschen auf linie 6 das wird ein späßchen so ich will nicht den wano wie will das er fährt direkt in zippo eine schöne sache dann brauchen wir den und den da oben ich will den nächsten ich will keinen nächsten das ist ja von dem der sound was passiert eigentlich wenn man den zug in den bahnhof einfahren lässt der zu kurz ist so du fährst auch gleich richtig weg da kommt das öl was dann da unten umgewandelt wird wohin will das denn das wandert ja wo ganz anders hin hey das ist ja beschiss okay also linien äh straße sichtbare haben wir hier unten welche im depot ne welchen haben wir denn depot aber mal weg ist ja eh unnötig so aber das ist die blöde die da die da aber ein wenig zu dann statt ja ähm ja machen wir mal so straßenfahrzeuge so gleich ein paar mehr alle zuweisen linie 5 da kommen sie auch schon jetzt weckern die hoffentlich nicht rum die linie 5 warten machen wir dann einfach mal hier warten bis voll geladen dann verdienen wir nämlich daran nicht die anderen dann hey vier laufen hier weg sind zu uns naja dann machen wir halt nicht voll laden einer fracht oder doch oder doch da ist es weg dann lassen wir das erstmal so hier kommen in welchen fahren fängt er eigentlich schon ja genau brauchen wir den mal zuweisen linie 2 und dann eisenbahnlinie 2 wo ist der da wo ja haben wir das auch gleich erledigt so bitte fahr hier raus bitte fahr raus bitte fahr raus ja hä sogar öl geht da hinten hin was ist denn da los und zu wem gehören die pferde noch hat er will nur ins depot hä 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 toll so ja das wäre jetzt hier noch ein umschlagplatz aber nein den lasse ich erstmal ok in welche Richtung wollen die der fährt hier weg richtig ja wie schnell ist der denn ah ja 40 zu 100 haha ist ja mal wieder bombe 200.000 und Warnstack dürfte dann leer gefegt sein wenn der einmal weg ist oh ne fast leer ja 320.000 führt hier runter eigentlich eine straße nein nur darüber das heißt also für uns bleibt mehr gewinn und ich wollte jetzt in geschan auch ausbauen da war ich nämlich stehen geblieben und wir gucken uns mal die finanzen von dem an ja minus geht jetzt aber langsam hoffentlich ans plus weil jetzt die leute auch antanzen ja es wird wohl und dann wollte ich jetzt hier haltestellen bauen beziehungsweise ich war gerade dabei die tram zu bauen und schief so tack ja dann wollten wir mal da und da da und dann da dann dann einmal da einmal da einmal da da und da 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 und da und da da ne ne da hatte ich ja meine ich keine ich hatte nur hier hinter eine und dann da rum das war es das ist 18 und dann nochmal eine neue und dann nochmal eine neue und dann nochmal eine neue so da haben sie sogar die Anleger geswitcht 18 und 19 sind das und dann haben wir irgendwas erpasst für den Straßenbahn 40 zu 25 10 17 zu 17 2 ja die kaufen wir doch dann gleich mal wenn die jetzt kommt sie ne auf ne Güterwagen so das war jetzt einmal auf die 18,5 und dann das diese Fenster immer wenn die offen sind so lecken und dann auch die 19 jetzt dürfte die nicht mehr auch nicht mehr rumjammern nach dem Motto keine Verbindung und sowas wir sehen ja die machen gewinnen die machen gewinnen aber sowas von ja fast alle machen gewinnen die machen minus naja gewinnen was sagt die Eisenbahn 17 macht minus die 17 war der nach da unten naja der macht gewinnen der macht naja gewinnen und sollten wir dann auch mal bald austauschen die macht gewinnen der macht auch gewinnen das ist gut oh scheiße ich glaube ich habe so dermaßen von überzogen haha aber ich bedanke mich erstmal wieder fürs zuschauen ich hoffe euch gefällt das was ich mache mit euch für euch und ich würde mich über eure kommentare beziehungsweise ein like und da sogar ein abo ich frage nur so ganz dämlich ein abo wenn es euch wirklich gefallen hat freuen und zwar richtig extrem freuen und ich würde sagen wir sehen uns in der nächsten folge trainfever wieder wenn es dann weiter geht mit dem ausbauen unserer netze also wir sehen uns bis dann und tschüss